Ja, Vigil ist dicht. Wir haben noch einen Link von ihm. Meine Güte. Meeting ist clear. Ich denke jetzt unten rein. Mit Mark. Hab einen In-Shop. Hab ihn durch die Wall. Meeting ist clear. Kitchen auch. Okay, wir haben den Roamer. Das ist das einzige. Hier, Hibana bitte. Hier noch. Ja, warte. Amira Fenster. Wahrscheinlich kommen die Stairs hoch Niklas. Warte, warte. Push den zu dir rein. Ich flanke ihn dann vom Gang. Ja, ich hab ihn jetzt drin. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Komm zu mir Whisky. Er hat mich gesehen. Ich lade mein Magazin. Er ist glaube ich abgehauen, oder? Ja. Okay. Okay. Scheiße. Das ist die Finca. Ja. 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 Oh, ein Absturz. Mess. Hallo Bandit. Ja. Ja. Es ist gebandited hier. Bandit. Ja. 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 Mort, kommst du wieder? Die Schwellen die ganze Zeit enttickten Einer auckt hier direkt, der andere hier Wo ist der dritte? Keine Ahnung, Smoke, der letzte Kam ist kaputt Also wir könnten hier planten tatsächlich Wenn ich da hinkomme Ich glaub, der kommt hier Stairs Ja, dann deck das ab, dann renne ich hier schnell rein und plante da, ja? Ok, ich deck die Stairs ab Deck mich Hello, Code, deck du ihn von da, ich deck ihn von Stairs Werde von der Echo-Drohne geholt die ganze Zeit Plant weiter, er kann nur dreimal schießen Jaja, ich weiß Achtung Achtung, jetzt kommen sie Alter, Leute Luca, was war dein? Ich wurde gerade angegriffen, da kann ich nicht ab Holen wir Let's, Echo ist laut Der letzte ist da hinten drin in der Ecke Ist der Fuser, also ich Ja, Plante Der Echo hockt da drin, bei Dingens Dingens Echo, ah, fuck Ja Ja Ich hab dich auch hier gewonnen Ja Sehr gut Das war fies Ash unten Ja Einer ist drin Und einer Einer ist drin Und einer Einer ist drin Hallo, alles klar Easy Soll ich flankieren? Machen Ja Äh Ja Mach's aber auf Ich bin zwar fett und hässlich Ich bin zwar fett und hässlich Selbst haut ne Drohne rein Sauzeit an der Drohne Flankieren ist gut Da ist eine Drohne bei dir wird's gehen Da ist eine Drohne bei dir wird's gehen Ja Ich lade ein neues Magazin Äh, ist drinnen, ist drinnen Alter Jetzt, jetzt, falsch Was? Äh, das ist nicht Ui, da drückt mein Instagram her da 15 Sekunden noch Dann weg, er muss planten Achtung, er kann nicht wallbanken Dann einfach weg Hat er den in der Hüse? Ja, garantiert hat er den Geh hoch Dann macht's ja gar keinen Sinn Direkt zu laufen Ja, geil Gegen Montanier jetzt Ja, du musst den jetzt töten, Whisky Geh durch die Rotation No Ja, du hast ihn doch jetzt Ja, klasse Schlecht Gut Alter Der Entschärfer wurde zerstört Da ist jemand rausgesprungen? Hinter uns, ja Ja Links Ähm, da ist einer der Hedge getroppt Einer vom eigenen Tropfen Ja, ja Bei A ist sie, dann könnt ihr einen B planten Bei A in der Mira Zeckt mich IQ Ja, macht er Entschärfer ist aktiviert Boah, niemand geht nach Boah, Alter, das haben wir freigeschossen Ja Aber der Montanier hat's gebracht Aber gut Ja Alter, du hättest mich so knapp erschossen, ne? Ach, ich hab dich gar nicht erschossen Ach so, ich hab das voll unter Kontrolle Ja Ja Whisky, ist das so Ja Achtung, war das aber Ja, natürlich Ja 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 Genau deswegen hasse ich diesen Spot Fuck Ich war im Nachlass, ich hab nur noch die D-Taste gezogen Soll ich einen hallway pushen? Ich push jetzt den hallway Ich komm mit dir mit Nein, ich kann das als Montanier schon alleine machen, alles cool Na gut Jega im Closet Jega im Closet Bennett ist hier auf dem Ping Wo? Ich hab den Stacheldraht auf der Bennett ist hier, krieg ich vielleicht einen Jega ist down Nice Jutta glaub ich Ah, Entschuldigung Äh, Kitchen ist noch Mercury Danke Meine Fresse Back Ich suche nach Elektronik Wer ist? Du hörst ihn doch Ja Äh, Mira ist drinnen Wiggen Weinzeller Jadapp hat denn da gedrohnt Oh Ja Mira ist hinterm Mira Fenster Ja Mira ist hinterm Mira Fenster Oder die Fusers weg Bind Mira ist hinterm Mira Fenster im Closet Gut Entschärfer wurde zurückgeholt Weiß ne Granate Whisky Oh das war was Das kein Headshot war Er will sie Ist hier hart Ja Ich will die Gib's mir Lass uns diesmal 10.000 Leute drin Ja ich dachte Back to objective, Rook Deswegen... Rook go back to objective Alter Verkämpf dich die Sau Fuck von wo? Ja Der ist n Jäger draußen Ella ist unten Äh, in der Mainz Da bin ich nicht Brennet oben Da guckt der Kerl Ein Garage aber was Ja Garage, Garage ist der Padlet Oh Oh Der Stoß Und schon Njep Letztere Zeit glaube ich Na oben Ja ja, die haben den Defuser